Oh, ist das nicht Altair? Erinnert ihr euch? Ich lernte mein Handwerk zur gleichen Zeit wie ihr. Keine Erinnerung, was? Aber egal. Al-Mualim hat mir einen Auftrag gegeben, der eine große Ehre für mich ist. Ich muss euch testen. Welche Freude! Ich habe Flaggen in diesem Gebiet versteckt. Findet sie und bringt sie zu mir. Seid schnell. Schade, dass der Alte mir befahl, euch zu helfen, falls ihr erfolgreich seid. Was hast du gegen mich? Äh, Moment. Nein, dreh dich doch. Ob er wohl einen Grund für seine Taten hat? Was denkt sich dieser Mann nur? Ja, und jetzt schwing doch! Mann! Der tappt ständig wieder raus. Ach, du kannst mich mal. Jemand muss ihn aufhalten, bevor er sich verletzt. Mann, da, da, da sollst du doch gar nicht rein. Also ohne Witz, ne? Ich krieg mich grad nicht gekünstelt auf. Warum hättest du nicht mal die Klappe? Warum hättest du nicht mal die Klappe? Die Sa... Hier dürft ihr euch nicht aufhalten. Ihr seid hier nicht erwünscht. Geht. Warum würde jemand so etwas tun? Das hat nicht funktioniert, Mami. So, pass mal auf. Du kriegst es als erster ab. Heidel, dafür wirst du schauern! Was? Nein, ihr versteht das nicht. Ich bin einig, ich hab doch Geld. Bitte, Herr, habt ihr ein wenig Geld? Wehe. Ich dachte, ich brüste langsam. Bitte, Herr. Habt ihr ein wenig Geld? Nein. Nein. Ihr versteht das nicht. Ich bin arm, Herr. Ich brauche das Geld. Meine Familie ist sterbenskrank. Könntet ihr ein paar Münzen erspären? Aber ich brauche doch Geld, Herr. Ich bin arm. Er wird sich noch verletzen. Und wenn das passiert, werde ich nicht helfen. Ob er wohl einen Grund für seine Taten hat? Das verstehe ich halt nicht. Aber muss ich auch nicht. Ob er wohl einen Grund für seine Taten hat? Was fehlt ihm denn nur? Los! Er sollte aufhören, sich wie ein Knabe zu benehmen. Äh, wo muss ich dann? Hier muss ich hin. Er wird sich noch verletzen. Und wenn das passiert, werde ich nicht helfen. Gruß! Was denkt sich dieser Mann nur? Mann, nein, du sollst da doch nicht. Wenn er sich verletzt, werde ich ihm nicht helfen. Er kann mir jemand sagen, warum er das tut, werde ich nicht helfen. Er sollte aufhören, sich wie ein Knabe zu benehmen. Da! Genau! Ach! Ah! Ah! Junge was tut dieser Töbel Dreh doch die Kamera Dreh doch nicht, wenn er sich verletzen würde Er wird sich noch verletzen Und wenn da... Du dummer Mann! Seid so richtig! Ich brauche das Geld! Nein, bitte geht nicht einfach! Nur ein paar Minuten! Bitte! Was sind Gottes Namen? Treibt er da? Obwohl ein Wohnfässer... Junge, du sollst da nicht runter! Komisch! Und du sollst auch nicht raustappen! Warum würde jemand so etwas tun? Kletter... Was ist bitte sehr daran so schwer da hoch zu klettern? Also zumindest für dich! Warum tut... Kommt nur! Kommt alle! Ich habe viel Zeit zu bieten! Warum macht ihr das? Warum macht ihr das? Leider ist das hier eine Herausforderung Das heißt... Ich muss das leider schaffen Wir kommen in die Luft! Äh... Da... Meine Familie ist sterbenskrank Könntet ihr ein paar Münzen entbehren? Der ist schon wieder rausgetappt und jetzt wollte der sich schon wieder hinbeugen da. Ich muss hier grad echt auffassen, dass ich nicht Dinge sage, die ich später bereuen könnte, ne? Ohne Witz. Selten hat mich eine Spielpassage so aufgeregt. Man, selten! Und jetzt zappt nicht schon wieder raus aus dem Scheiß. Ja. 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 Schaut, schaut, was macht er da? Schaut, schaut, was macht er da? Komm, das kann jetzt nicht dein Ernst sein. Dass ich es deswegen nicht schaffe, das kann jetzt nicht dein Ernst sein. Wo ist die Ver... Da ist die Ver... Willst du, dass ich dir eine mitgebe? Ich bitte euch an, Herr. Ich bitte euch doch nur um ein paar kleine Münzen. Er wird sich noch verletzen. Und wenn das passiert, will ich ihm nicht helfen. Der verdammte Narr hat wohl den Verstand verloren. Der verdammte Narr hat wohl den Verstand verloren. Ich bitte euch doch nur um ein paar kleine Münzen. Ich bitte dich nicht. Ich bitte auch noch einen schönen Tag. Oh. Boah, das sieht gut aus gerade. Bitte bei allen Göttern. Lass mich das jetzt schaffen. Und wenn das passiert, werde ich nicht helfen. Was tut dieser Mann denn? Er sollte aufhören, sich wie ein Schnabel zu benehmen. Ob er wohl einen Grund für seine Taten hat? Nein, ihr versteht das nicht. Ich bin arm, Herr. Ich brauche das Geld. Er wird sich noch verdammt. Der Herr, der will Geld. Ich brauche Essen. Ich habe Hunger. Zurück? Ich bin beeindruckt. Ich werde meine Meinung über euch nicht ändern. Aber da Al-Mualim befiehlt, sage ich euch, was ich über euer nächstes Ziel weiß. Garnier versteckt sich in der Festung der Hospitaliter. In diese Festung einzudringen, erfordert Gerissenheit. Das ist alles, was ich habe. Boah. Hat mich diese Herausforderung nerven gekostet. Bogenschützen ausschalten. Ja, das sollte kein Ding sein. Nein, bitte geht nicht einfach. Nur ein paar Münzen, bitte. Oh. Ich leh euch an, Herr. Ich bitte euch doch nur, meine Armeine... Dann wirst du ja nur mit diesem Unsinn aufhören. Das war jetzt egal. Wo muss ich jetzt hin? Gut, dass ihr gekommen seid. Ich brauche eure Hilfe. Zu viele Bogenschützen, das erschwert mir meine Arbeit. Tötet sie. Sie alle. Und ich kann euch vielleicht bei eurem Kampf gegen diesen verrückten Doktor helfen. Aber vergesst nicht, dass ihr dabei nicht gesehen werden dürft. Sollte man euch entdecken und den Alarm auslösen, so müsst ihr wieder von vorne anfangen. Zuerst in Akon und bald in Jaffa. Ach, Alter. Vater, wo bist du nur? Ich weiß, dass du hier bist. Ah, das ist mit den Entdecken gemeint. Ja, man muss es ja mal ausprobieren, ne? Herr, erwarme dich unter. Wer kann sowas mit deinem Bösen und gar nicht düsteren Tage? Wie schrecklich. Herr, erwarme dich unter. Das ist ein böses Omen. Verdammt, wo bist du nur? Ich weiß, dass du hier bist. Fürchtet euch nicht. Hört nicht auf ihre Lügen. Zertipptete Worte, die nur in der Vergangenheit... Was ist der Typ? Ah, ich sehe schon. Ihr dürft nicht hier sein. Geht, bevor wir Gewalt anwenden müssen. Hier wirst du sterben! Der Typ ist der Typ. Ja, aber du hast du was, du hast du was! Geht es doch, du hast du was! Mach es! Qu'est-ce que vous faites? Egaldez-vous! Mach es noch nicht, du hast du reich. Mach es noch nicht, du hast du reich. Fiche le coq!